Hallo, ich habe diesen Lichtschlauch als Produktist erhalten. Meine Meinung ist aber unbeeinflusst. Packen wir ihn mal aus. Dann haben wir hier die Anleitung, die Fernbedienung. Wir sehen, wir müssen drei Batterien reinsetzen. Habe ich im Moment nicht. Werde ich besorgen. So, ich habe jetzt die Batterien besorgt. Zum Einlegen einfach hier aufklappen. Das Ganze ist der von außen Bereich geeignet. Da ist so eine Dichtung noch zwischen. Dann kann man hier auf den Knopf drücken. Und hat dann acht unterschiedliche Programme. Hier nochmal durchlaufen lassen. Auch hier auf der Fernbedienung haben wir acht Knöpfe. Also acht Programme. Und hier haben wir noch eine Dimmfunktion dazu. Das heißt, wir haben hier Aus, Entschuldigung, An und Aus. Wo wir es anhaben, können wir hier die Programme frei wählen. Wir können hier noch in Stufen das Licht abdämmen. Und hier wieder hochdämmen. Aber leider hat man nur diese acht Programme. Wer mit denen auskommt, kann sie es gerne kaufen. Ja, ich würde mich auch freuen, wenn ihr den Kanal abonniert. Oder euch eins der anderen Videos anseht. Kommentare sind auch erwünscht. Und ich danke dafür, dass ihr euch das Video angesehen habt.